Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Riss & Channels. Zur Zeit sucht mir das Spiel etwas stark. Und was wir heute erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Gehen wir wieder in die Infanterie. Ja, gehen wir in die Infanterie. Einmal nach dem Klick. So, wo gehen wir hin? Ge-Walt-Kampf oder offene Fläche? Auf C. Ach, ich bin ja gar nicht bei euch, scheiße. Da hab ich wieder gepennt. Wie redet man eigentlich in-game? Weiß das immer? Das sieht glaube ich gar nicht. Gehen wir hin? Auf C. Offene Fläche. Ja. Okay. Okay. Wie ist der wegen so ein Waldkampf? Das ist gut. Oh, C. Schminkern. Gut, dann haben wir jetzt gleich Spaß. Passt doch. Und dann musst du mal auf dich hin. Genau. Ich bin ja gar nicht. 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 Das ist ja gar nicht. Und dann habe ich mich leer. Oh, vor uns glaube ich ist schon einer Bei B glaube ich hätte den Hügel haben Rechte Seite von unseren Schützen Das ist Caruso, der Schütze Jaja, der ist hier, der ist hier, hier drüben Schießt da ein MG das Hab ihn Ich warte euch hier, oder? Nein, mach ruhig Früher oder später werden wir wieder zusammenfinden Wahrscheinlich Ja, ich muss auch warten Ah, so jetzt geht's Das Team voll ist, ne? Ja, aber warum lasst du so viele Spieler zu? Keine Ahnung Was hat das mit dem Team aufs Sicht quasi? Ja, dass nicht, keine Ahnung, ausgeglichener wird oder so Ne, ich meine jetzt das, wo man sich auswählen kann, das Infanterist Das man, alle die in derselben Gruppe sind, sehen den Namen in Gelb Ah, okay Also wenn wir drei allein in einer Gruppe sind, sehen wir nur unsere drei Namen in goldener Schrift Sonst nichts Sonst nichts Das ist besser, weil der Team heißt, ne? Mhm Sonst nichts, man kann auch so spielen Aber so fändest du dich halt gleich Und dann weiß genau, was du sagst Ah, ist auch hart hinter Beschuss Noch ein Okay Mahlzeit Hallo und herzlich willkommen bei, äh, Love Order Ich wünsch dir was Noch ein Was? Würdest du zuhören? Dann würde das viel besser funktionieren, die Kommunikation, ne? Wieder ein Jahr älter und wieder aufmucken, ne? Ja, immer noch aufmucken Wir kennen ihn, Stevie, rechts davor, ich bin auf A Ganz rechts, ganz kurz Hey, hier in Gras ist einer gelegen, der hat ein richtig, richtig Geißgewerbe gehabt Und dann würde ich mir das Ja, die, die, die Okay, jetzt muss ich den Typ erstmal fanden, ne? Correct Jo, Jo, was ist eigentlich mit Bevision? Ja, hab ich aufm Rechner Seit zwei Wochen, seit drei Wochen wollten ich mal streamen Mit drei Wochen wollten wir aufnehmen Deswegen hab ich's mir extra geholt und jetzt hab ich schon durchgespielt Mal 80.000 damage Naja, ich hab ja Aufnahmen bis Mittwoch Mittwoch? Donnerstag, Freitag, so I find poi U fou uwu, du kannst doch Vorzeug auf Du bist der Falle auf Jetz Ja, müssen wir auf alle Fälle noch machen Machen wir auch auf alle Fälle Hab den Typen Weil das rausgestiegen U application so einer Die nehmen hier gerade A ein. Die können spawnen am Fahrzeug, ne? Ja. Was? Oh, mein Tod. Die hier am Fahrzeug spawnen. Ihr müsst es zerstören. Ja. Mein Tod. Oh, scheiße. Es sind richtig viele Leute auf C. Aber richtig hässlich. Es wird auch reingenommen. C wird reingenommen. C und B ist scheiße. C und B ist da unten. C und B ist so ein Wald. So ein bisschen. Wo wahrscheinlich jeder mit so einem P-Bomb gammelt. Ja. Oh, was ist denn jetzt los? Ah, wir drin. Und wir sollen in ein Fahrzeug. Ja. Oh, wie die Arme ist denn sieben Leute? Welche ist auch? Welche ist auch M.G? Oh, schau, 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 schau. Oh, schau, schau, schau. Boah, er hat mich. Boah, das ist die P-B-B-Jörger. P-B-S-H. P-B-S-H meinst du, oder? Na, P-B-D heißt die. P-B-D. Mit dem Trommelmagazin, ne? Ja. Ist die P-B-S-H, oder? Nee, P-B-D, ich ist da gestanden. P-B-D 40. Genau. Echt, V-D? P-B-D 40, kann ich auch nicht, ich kille. Mir war egal, was du morgen bringt. A, hat mir verloren. C, hat mir verloren. Scheiße. Ah, komm jetzt mal hin. Noch sind wir in Führung. Wer schießt jetzt mit ihrer eigenen Waffe. Ah. Immerhin, auf C dürfte der am nächsten Sinn. für ein fahrzeug ja ja, sie ging auf B ja, verwandelt der geht auf B, B wird eingenommen oh, 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 ich bin schon beschossen ah, die kommen da von links von uns runter Richtung B, schau und links schießt mit dem Granat werfen Menschen, ja super links, links, komm rein wieso kann ich dich nicht töten, das tut du nicht oh, ich bin da, ich bin links von dir also auf, 10 Uhr hab ich jetzt ah, komm ey, wie tut fahrzeug ach, diese Maschinenpistole werden schon geil, ne? mhm ja auf Reinschaden keine Chance, ne? ja fahrzeug das ist das ist das ist das ist das ist interessant wie sind die du wirst du die 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 wird eingenommen wird eingenommen von uns jetzt haben sie uns eingeholt fahrzeug kommt fahrzeug ja einer wird rechts weg das fahrzeug wird zerstört werden das kann man das einfach zu zerstören kommt noch ein fahrzeug der schubig drüber geflogen hat mich zwar gespringt geil hat mich zwar gekillt hat mich drüber weggeflogen mit dem auto, wie geil, ist das denn? ich schau, wie es schmeckt oh, wir holen den fahrrad kommt Gottfunko, ihr seid doch da hinten da kommt wieder ein fahrzeug, glaube ich ja ich glaube zwei mann, jeep wieder tisch ok ok, unter wasser kann man nicht Fahrrad fahren noch ein fahrzeug truppentransport von dir aus gesehen, rechts vor mir, direkt vor mir ok ja, zwei mann ein mann ich höre ein Fahrzeug beide dauer bisschen vorrücken ah sie haben C, so gut so gut so gut so gut ich höre ein Fahrzeug Straße kommt wieder ich höre ein Fahrzeug ich höre ein Fahrzeug ich höre ein Fahrzeug aus der Etzern da geht mir vor da geht ich höre ein Fahrzeug Ich fahre nach links, Richtung C. Ich fahre nach C, ja. Was ist denn denn her? Oh, Fahrrad, Strasse. Sauber, danke. Was hat denn die für eine Waffe? Ich will die jetzt alles sehen. SVD, oder? Ja. SVD ist dieselbe wie GB3 am Bezüge. Ach, schon, oder? Naja. Die Amis haben das M1 Garant. Ist auch okay. SVD 40, ja genau. SVD 40 heißt sowjetisch. Die trugen oft mehr oder weniger, ne? Wenn du da aufwachst. Oh, tot. Fahr dir, direkt, fahr dir. Wir sind da vor mir. Gut. Ich hab mich erwischt, die Sau. Ja. Genau drüber aufm Berg. Stoffe rechts von dir, übers Wasser. Okay. Da hat mal einer auf mich geschossen. Ich sehe ihn bloß nicht mehr. Oder war das der, wo er jetzt liegt? Oh, ich lenke ihn mal. Ist ja gleich down. No, 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 no. Das ist gut, wenn wir nächstes B halten. Nächstes 1 Punkt safe. Ja, aber wir kriegen keine Punkte. Wir müssen, wir müssen auch rangehen. A wird von uns eingenommen. Sehr schön, gut. Ich habe ein Fahrzeug. Ja. Auf drüben. Fahrrad, Fahrrad. Ich. Komm, wir gehen rüber, oder? Das Fahrzeug müsste durch. Was ist los? Mit einem Schuss. Die durchgestellten. Ah, die fallen alle zu zäh rüber. Guck mal hier nicht rüber, oder? Ich habe schon wieder ein Fahrzeug. Hier glaube ich kann ein bisschen mehr rüber. Das steht genau über mir. Ja. Fahrzeug, ja. Das fährt wieder zu ziehen. Ja, wir gucken mal hier rüber. Gar nicht. Doch. Dann gehen wir in eine andere Richtung. über C, oder? Okay, Fahrzeug ist über den Fluss gefahren. Richtung A. Es kommt aber noch eins. Ja. Ah, wieder ein Jeep. In Richtung C. Wir könnten ja hier... B wird eingenommen. Kommt auf, kommt B. B wird eingenommen? Ja. Hier das Fahrzeug. Der ist oben drin. Nein, es sind zwei. Rechts davon ist auch einer. Nein, es ist keiner. Pass auf, der ist oben drin grad. Ja. Gehittert. Da hat ein Dimmelfel aus. Wir haben auch einmal gehittert. Okay, einer ist weg. Ich bin auch down. Oh, eines war hinter mir. Direkt hinter mir. Oh, ich hab eh. So. Traber. Mit dem Spaten. Mit dem Spaten. Ah, ich bin in die Hockey. Ich wollte rennen. Mit dem Spaten hat ihm einer gegeben. Wie kann man mit dem Spaten zuschlagen? Ja. Der muss kaufen. Genau. Das ist wie mit einer Waffe dann. Gehst du nur hier in ein Haus, gibst ihm einer. Genau. Aber ein schöner langer Fall hat mir. So ein bisschen ausgeglichen, ne? B wird eingenommen. Genau und, ja. Ja. Jawohl, haben wir wieder. Statt mir gleich mit einer Kickenwerfer. Der ist nämlich geil. Zack. Okay, da kommen welche. Genau, gegenüberliegend verlassenes Ball. Fahrzeug kommt auf. Oh, ich kommt da. Zack, tot. Ich bin tot. Hm. Vehicle destroyed. Geil. Mhm. Nee, nee. Ich bin tot. Du. Dämt. Da, ich bin tot. Du. Du, weißt. Du. fahrzeug klingelt die seite Jetzt müssen wir mal ganz schnell hier... ...tod! Oh, oh, oh! Stirb des Sack! Schön! Wo haben wir jetzt hier? Hm, ein Fahrrad! Okay, sie wird von uns eingenommen. Ja, ist gut. Ich muss sagen, verteidigen wir. Ich höre schon, wie du was fangst. Sicher zu ziehen. Ja, Fahrzeug zu ziehen. Gegenüberliegendem Wasser und dem Hang hoch. Oh, sieben Kills. So, okay. Dann müssen wir gewinnen. Ein Jeep ist durchgebrochen. Er fährt hinter B. Auf uns ans Bahn. Kommt jetzt auf... B rein. Fährt wieder zurück zur Brücke. Steck den Wasser fest. Ne, ich hoffe nicht. Unten ist jemand ausgestiegen, oder? Ja, da läuft jemand am Wasser. Da kam wieder. Javi. Ach sauber, du weißt es. Javi, ist der am Wasser? Der ist weg. Okay. Ne, kommt einer mit Fahrrad. Doch. Ja. Granate. Steer down. Immer noch da. Zauber, jetzt ist er tot. Ich schieb, komm wieder. Nein. Ich bin down. Ich bin down. Da ist einer ausgestiegen. Das geht's doch nicht. Das geht's doch nicht. Ich hab das Video. Ich hab das Video. Alter. Oh, das geht's dir. Ich hab vorauf und drauf gehalten. Ich konnte trotzdem mich erschießen. Wieso das? Nicht getroffen. Oh, er steckt mitten im Dreck fest. Einer ist oben dran. Ruine. Kommt ein Cheaper auch zu beben. Was? Ich weiß, ich bin jetzt nicht zu unterstellen, aber er hat es so nötig, bei so einem Spiel das zu machen. Was ist der? Ich muss es wissen. Ich muss wissen, ob der, äh... Hm, getötet. Cool. Ist einer dran, ne? Ha, hab ihn. Ist noch einer drin, oder? Ja, hab ich getötet mit der Panzerfaust. Was? Jeep, glaub ich, kann. Ja. Ja. Ah, so. Ah, ich muss jetzt schnell was essen. Okay. Alles klar. Ich hab nur da angefangen. So, und das war's dann für heute. War ein harter, langer Kampf. Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr euch auch. Lasst doch einen Daumen da, schreibt es in die Kommentare, ich lese hier auf alle Fälle alles. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Euer Karose. Bye, bye. 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 Bye.